vier stück 3 in büse könnten wir jetzt noch mal laufreiter dazu stelle da da oben drei kaputt machen wir noch mal 3 dazu so schnell wird das stromkabel natürlich verbinder verbinder kann ich da gleich? nein darf ich nicht die leistung instellen gut jetzt strammt unser da unten da 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 ist sie endlich am werk schön die halle durch die luft da das heißt das ding da funktioniert nicht im prinzip mal noch nur 3 die strampeln aber jetzt werden so die dinger ordentlich gefüllt also was waren so die ganze zeit vergeben ich kann es lesen aber ohne ist es einfacher ok ich dachte also silbern es sieht schöner aus wie einfach nur so ein schwarzes feld mehr stromkabel echt jetzt aber guck doch mal da waren die laufräter und da waren die batterie und jetzt ist es irgendwie weiter das kabel geht hier an der leiter hoch scheint in dem spiel auch nicht so zu sein auf jeden fall habe ich jetzt volle batterie das heißt die filter maschine laufen ordentlich jetzt geht keiner mehr vor immer hier ist futter wettgemacht zack der silbern schnappt sich direkt die pampe riegel vom schatten x und schmeckt es was schatten x macht ich würde schon mal ziemlich lang kauf Hoppla, alle rausgeflogen. Alle sind hier am Abbreche und so. Hoppla, jetzt hat sich der Zahnrad gekillt. Laufrad meine ich, Laufrad. Versteht das nicht, warum die jetzt alle da oben rumhängen? Darüber habe ich die Toilette am Abbreche und ins Höchste mache. Komisch. Ah, die hören immer auf, wenn die Batterie voll sind. Ist die Forschung durch? Kann das Sinn? Ach so. Gut, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche meines Wissens so... Wo ist das? Ist es das? Komposter. Pflanzenkasten. Um Same zur Pflanze, das brauchen wir. Damit man eigene Pflanze ansetzen könne. So, das heißt, ich habe die Schleusentüre. Wo ist die? Irgendwie, glaube ich, stehe immer noch mit. Oh, die Forschung, wir brauchen den Supercomputer. Wo ist der Supercomputer? Supercomputer, das müssen wir vorziehen. Ich meine, das ist völlig frei für weitere Wette. Sind ja alle krank hier? Ich weiß nicht, ob er ist doch mit 9 gekennzeichnet, meines Wissens, oder? Das habe ich doch mit 9 genommen. Was ist mit der Techno? Ich muss die Techno nicht laufen. Fähchen ist sauer. Die hört jetzt auch nicht mehr. Hier macht man sonst alles kaputt. Der Luftfilter. Das ist alles gut. Ganz toll. Hm. Was habt ihr denn? Dreckig. Unterkühlung. Volle Blase. Verhungern. Nasse Füße. Ja, ihr macht da auch nicht sauer. Ganz ehrlich. Ich gebe da Aufträge und ihr ledigen die nicht. Aber ich habe doch Schleuse. Druckkontrolle. Druckkontrolle. Der Luftfilter. Wo ist Druckkontrolle? 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 Es gibt fast sogar mehr Batterien entspannen, wenn jeder soll fleißig tragen. Die zwei Batterien müssen in Halla wieder repariert werden. Die zwei Batterien müssen in Halla wieder repariert werden. Die zwei Batterien müssen in Halla wieder repariert werden. Die zwei Batterien müssen in Halla wieder repariert werden. Die zwei Batterien müssen in Halla wieder repariert werden. Die zwei Batterien müssen in Halla wieder repariert werden. Das soll was Neues geforscht werden. Ich habe hier Schleusetür gelässt. Machen wir das doch so. Machen wir jetzt mal die Botte wegreißen. Machen wir da gleich Zwiebelstelle nach unten. Gleich haben wir nachher bei Bruna. Namensvorschläge. Männlich oder weiblich, das wissen wir noch nicht. Und jeweils Namevorschläge. Machen wir das auch wieder kaputt. Machen wir das so. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das, über die zwei Batterien machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schwer für ihn, also Sturmtruppler, wenn ich das so richtig vernehme im Chat. Oder einfach nur Trupper. Nenn mir Trupper. Einwände, ich lasse erstmal noch Zeit. Alles klar, Fächer. Trupper 1. Ran ans Werk. Was für ein Job sollte Trupper bekommen? Haben da doch auch schon Vorschläge. Wir hätten Reinigung. Oh, Koch ist wieder ein... Wieso ist Koch nicht mehr überlebt? Hat nix. Oh oh. Wo ist Schatten X? Oh oh. Oh oh. Ähm. Ähm. Schatten X. Du sollst dich doch ums Essen kümmere. An was ist Schatten X gestorben? Duplikant sind verstorben. Schatten X ist verhungert. Mensch Schatten X hat nix. Du sollst doch fest essen solche. Hast du selber nix ge... Nix dafür genascht? Also... Oderst du... Oderst du... Drei... Oh no. Untertitelung des ZDF, 2020